Hallo Werder Bremen-Fans, halten Sie den Atem an, denn gerade hat eine wirklich aufregende Enthüllung die Werder-Fans erschüttert. Unser Lieblingsspieler Niklas Volkog hat alles über seine Zukunft bei Werder verraten. Möchten Sie wissen, was passiert ist? Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keine Sekunde dieser erstaunlichen Neuheit verpassen. Niklas Volkog begründete die fehlende Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen. Natürlich ist es immer leicht zu sagen, wenn ich irgendwie im Raum ein Angebot nicht angenommen habe, dass die Wertschätzung nicht stimmt. Aber grundsätzlich gibt es bei einem solchen Prozess viele Dinge zu beachten, sagte der Nationalspieler ein Interview vor dem Saisonstart am Freitagabend gegen den FC Bayern München. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder-News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. Völkogs Vertrag bei Weser läuft noch bis 2025. Der 30-Jährige fühlt sich im Team und unter Trainer Ole Werner wohl. Ich denke, die Rolle, die ich jetzt hier bei Werder habe, ist eine besondere, sagte Völkog, der kürzlich eine Vertragsverlängerung als eine gute Option bezeichnete. Hallo Werder-Fans, bleibt Völkog Ihrer Meinung nach bei Werder oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.